Komm, wir leiten in den Wind, wenn ein... Seid willkommen, ihr Manns- und Weibsvolk von nah und fern, bei der Bruderschaft der Freien Leut. Die Bruderschaft ist ein internationaler, historischer Mittelalter-Club mit Gebietsgruppen in Deutschland und Italien. Die Bruderschaft der Freien Leut hat ihren Hauptsitz in Deutschland, in Berlin, genauer gesagt in Spandau. In der Zitadelle Spandau. Und dort kann man uns auch immer wieder antreffen. Wir nehmen an mittelalterlichen Veranstaltungen teil und stellen das Leben im Mittelalter dar. Uns geht es nicht um absolut genaue Darstellungen, sondern vielmehr ist es unser Bestreben, diese Quellen realer und sagenhafter Historie mit einem Lächeln herzustellen. Um so Unterhaltung und Vergnügen durch Heerlager, Arena-Kämpfe, Kampf mit Blank- oder Labwaffen, Bogenschießen sowie Tourneien, Handwerklichkeiten, historische Rezepturen und vieles mehr zu vermitteln. Wenn ihr ebenfalls Interesse daran habt, in eine faszinierende Welt einzutauchen und neue Freunde zu finden, dann schaut am besten in unserem Forum vorbei.